Hallo und herzlich willkommen hier auf Keep My Words. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Mit diesem Video möchte ich mich ganz speziell einer besonderen Fragestellung heute zuwenden. Und diese Fragestellung, die wir heute behandeln, die entscheidet ganz, ganz grundlegend über deine Zukunft, wie du dein Leben als Jünger von Jesus in dieser windigen und stürmischen Zeit führst. Es geht unter anderem um das Thema, wann ist der Zeitpunkt der Entrückung? Ich weiß, dass im Leib Christi eine große Kontroverse um diese Frage gerade im Gange ist. Immer und immer wieder wird sich darüber gestritten, wann wohl der Zeitpunkt der Entrückung sein wird. Werden wir entrückt werden vor der großen Drangsal, die über diesen Planeten rollt? Werden wir entrückt werden inmitten der großen Drangsal? Also genau in einer Zeitperiode, dreieinhalb Jahre, nachdem die Drangsal angefangen hat? Oder werden wir am Ende der großen Drangsal entrückt werden? Also müssen wir diese ganze Drangsalzeit als Kindergottes durchleben? Ich werde nicht explizit darauf eingehen, wann oder wie der Zeitpunkt sein wird. Ich habe meinen Standpunkt und diesen Standpunkt habe ich in einem Video auch veröffentlicht und habe dazu Stellung bezogen und erkläre da auch ganz genau, warum du nicht an eine Entrückung vor der großen Trübsal glauben kannst. Willst du mehr zu diesem Thema wissen, dann schau dir das gerne hier oben an. Ich habe es hier oben in der Ecke verlinkt. Du kannst das Video hier finden. Mit diesem Video heute möchte ich mich aber einer ganz anderen Frage zuwenden, die auch damit zu tun hat und die ganz, ganz wichtig bei der Beurteilung dieser Frage ist. Und zwar wird mir immer und immer wieder gesagt, gerade von Kritikern, die sagen, hey, ich glaube nicht daran, dass wir durch die große Trübsal gehen müssen. Ich glaube daran, dass wir vor der Trübsal entrückt werden. Die Leute, die das behaupten, kommen immer zu mir und kritisieren mich aufgrund meiner Haltung, weil ich ja glaube, wir müssen durch die große Trübsal gehen und wir werden erst am Ende der Trübsalszeit oder der großen Drangsalzeit entrückt. Diese Frage, die mir dann immer wieder gestellt wird, ist folgende. Hey Sven, weißt du etwa nicht, dass wir als Kinder Gottes nicht mehr unter dem Gericht Gottes sind? Weißt du nicht, dass wir nicht mehr unter dem Zorn Gottes sind? Und immer wieder muss ich da natürlich antworten und das tue ich auch aus voller Überzeugung und aus vollem Glauben. Ich glaube das ebenso wie du, mein lieber Kritiker in diesem Fall. Ich glaube nicht, dass wir noch unter dem Zorn Gottes sind und ich glaube nicht, dass wir noch unter dem Gericht Gottes sind. Denn ich glaube, das, was in der Bibel geschrieben steht, beispielsweise im Epheser 2, wo es heißt, Wir führten einst ein Leben tot in unseren Sünden als Kinder des Zornes. Dann aber hat Christus uns errettet und wir wurden aufgrund seiner großen Gnade durch den Glauben an ihn errettet. Das impliziert natürlich, dass ich auch glaube, wir sind als Kinder Gottes nicht mehr dem Zorn Gottes und den Gerichten Gottes unterworfen. Und jetzt kommt ein Aber. Aber, das bedeutet nicht, dass wir nicht diese gerechten Gerichte Gottes auch erleben werden. Nicht als jene, die unter den Gerichten leiden werden, sondern als jene, die in dieser Zeit der Ausgießung der Gerichte Gottes, Klammer auf, Drangsal, Klammer zu, die in dieser Zeit da sein werden und als Licht und Salz in dieser Welt wirken werden. Und warum ich das glaube, dass wir eine Drangsalzzeit durchgehen werden als Kinder Gottes, die so schlimm ist, wie sie die Welt noch nie gesehen hat, warum ich glaube, dass wir inmitten dieser Drangsalzzeit da sein werden und auf wundersame Weise von Gott behütet und bewahrt werden, damit wir den Auftrag Christi, das Evangelium jeder Kreatur zu predigen, ausführen können, warum er uns dort beschützen und behüten wird und warum ich glaube, dass in dieser Zeit der großen Drangsal gerade die Kinder Gottes als Licht und Salz einen ganz, ganz entscheidenden Faktor bei der Ausgießung der Gerichte Gottes spielen werden. Und um dir das ein bisschen zu verdeutlichen, und ich möchte dich wirklich ermutigen, bis zum Ende dieses Videos dran zu bleiben, weil es wird dir, wenn du vielleicht, ja, große Schwierigkeiten im Hinblick auf diese Frage hattest, hey, ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich durch die Drangsal gehen muss, denn ich bin doch nicht mehr unter dem Zorn Gottes, ich bin nicht mehr unter den Gerichten Gottes. Hey, wenn du das wissen willst, warum die Bibel uns zeigt, dass wir wirklich bewahrt werden in dieser Zeit, dass wir diese Zeit durchleben werden, aber dass wir bewahrt werden in dieser Zeit und dass Gott sich als herrlich erweisen wird in dem Fakt, dass er uns bewahren wird in dieser Zeit, wenn du das wissen willst, wie das vonstatten geht und wie das biblisch belegt ist und wie das an biblischen Beispielen zu erkennen ist, dann bleib dran. Wir werden heute viel die Bibel in die Hand nehmen und ich möchte dich ermutigen, wirklich deine, wie immer, deine Papierbibel zur Hand zu nehmen, weil du hier einfach ganz schnell hin und her blättern kannst. Wir werden einfach mal in den Abschnitt von dem zweiten Buch Mose Exodus gehen und wir fangen so im Kapitel 7, 8 ungefähr an und arbeiten uns dann einfach mal bis Kapitel 12, keine Panik, wir werden da nicht lange für brauchen, es sind ein paar Verse, die ich immer wieder hervorheben will, aber wir arbeiten uns so von Kapitel 7, 8 bis Kapitel 11, 12 einfach mal vor und innerhalb dieser biblischen Texte möchte ich dir einfach hervorstellen und vor Augen malen, wie wunderbar Gott sein Volk innerhalb der ausgegossenen Gerichte und des Zornes Gottes, der ihr über diese Welt rollt, bewahrt und bewahren wird. Okay, was finden wir, kurz ein kleines Fenster öffnen, damit wir den Kontext erblicken können, was finden wir im Exodus, im zweiten Buch Mose, ab Kapitel 8 ungefähr so. Wir finden dort folgendes. Das Volk Israel ist nun hier und ist in Gefangenschaft. Sie sind Sklaven Ägyptens. Sie tun hier Sklavendienst, Frohendienst. Sie müssen für den Pharao als Knechte, als Sklaven, als Gefangene arbeiten und ihre Last ist wirklich schwer. Sie müssen für den Pharao Ziegel brennen, damit er sein herrliches Reich weiter aufbauen kann und es ist nicht nur so, dass sie dort einen schwierigen Sklavendienst tun, wo sie viel Schmach erleiden von dem Pharao und von dem ägyptischen Volk. Nein, es ist auch noch so, dass sie innerhalb dessen, was sie zu tun haben, nämlich diese Ziegel zu brennen, dass sie dort auch noch für das eigene Stroh, also für das eigene Arbeitsmaterial sorgen müssen. Sie müssen dann Felder anbauen, sie müssen Felder ernten, sie müssen das Stroh ernten, womit sie ihren Ofen befeuern, damit sie wiederum die Ziegel brennen können. Sie sind also Tag und Nacht nur damit beschäftigt, ihren Frohendienst abzuleisten und als Sklaven ihre Arbeit zu tun. Und tun sie das nicht, bekommen sie Schläge und werden unterdrückt. Ihnen wird die Nahrung rationiert und auf alle nur erdenkliche Weise werden sie dort geknechtet im Land Ägypten. Und das hat natürlich dazu geführt, dass das Volk Israel in dieser Zeit zum Herrn geschrien hat und sie haben geschrien um Befreiung. Und auch hier möchte ich dich ermutigen, die Bildnisse, die Schattenbilder des Alten Testaments hindeutend auf die Ereignisse gefunden im Neuen Testament und uns als neutestamentliche Gemeinde, dass du diese Bilder immer wieder entdeckst. Denn alleine in dem, was ich gerade als Kontext aufgeführt habe, finden wir schon ein Schattenbild hindeutend auf uns und unsere Situation. Wenn wir von dem Volk Israel sprechen, dann sprechen wir von diesem Volk als ein Schattenbild hindeutend auf dich und auf mich. Denn auch wir waren Sklavenarbeiter und wir haben Frohendienstarbeit geleistet und waren in Knechtschaft gewesen unter einem unbarmherzigen Sklaventreiber namens Sünde. Wir waren versklavt unter die Macht der Sünde und Sünde hat über uns geherrscht. Das ist ja das, worauf ich mich gerade eben bezogen habe im Epheser Kapitel 2. Wir haben unter dieser Sünde, unter dieser Last der Sünde gelebt und Sünde hat über uns geherrscht und wir waren tot in unseren Sünden. So wie das Volk Gottes Israel damals unter der Knechtschaft Ägyptens war und nicht davon losgekommen ist, so sind wir auch unter der Knechtschaft der Sünde gewesen und sind nicht davon losgekommen. Hier in unserer Geschichte im Exodus Kapitel 7 oder 8, wo wir gleich anfangen, dort ist es nun so, dass das Geschrei des Volkes Gottes vor die Ohren des Herrn kam und ich möchte dazu jetzt einmal aus der Bibel lesen, damit du diesen Kontext wirklich auch biblisch ergreifen kannst. Wir gehen dazu nach Exodus Kapitel 6, also 2. Buch Mose Kapitel 6, die Verse 1 bis 6. Hier steht folgendes. Vers 4, dass ich ihnen das Land Kanan geben will, das Land ihrer Fremdlingschaft, in dem sie Fremdlinge gewesen sind. Und ich habe auch das Seufzen der Kinder Israels gehört, weil die Ägypter sie zu Knechten machen und habe an meinen Bund gedacht. Darum sage den Kindern Israels, ich bin der Herr und ich will euch aus dem Land Ägypten und von den Lasten Ägyptens herausführen und will euch aus eurer Knechtschaft erretten und will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Wir sehen hier ganz unmissverständlich, dass hier Gott auf das Schreien seines Volkes gehört hat. Was wir aber auch unmissverständlich sehen ist, dass Gott gesagt hat, Ich will euch erretten und ich will euch inmitten von großen Gerichten erretten. Das ist es ja, was Gott im Vers 6 eben gesagt hat. Ich will euch mit ausgestreckten Armen inmitten von großen Gerichten erretten. Und bedenke, das Volk Gottes ist hier inmitten der Gerichte. Und was wir immer wieder sehen bei diesen ganzen Gerichten, die nun hier angekündigt sind, sie heißen hier 10 Plagen, bei diesen ganzen Gerichten Gottes, die er hier innerhalb dieser 10 Plagen über den Pharao, über das Land Ägypten bringt, sehen wir immer wieder etwas sehr Herausragendes, nämlich, dass der Herr sein Volk inmitten der Gerichte zu behüten und zu beschützen weiß. Schauen wir uns nun eine nächste Schriftstelle an. Wir gehen hierzu ins zweite Buch Mose, Exodus Kapitel 8 und wir schauen uns nun an, was der Herr dort sagt. Hier sind wir nun angekommen bei der bereits vierten Plage und Gott macht hier eine ganz, ganz wichtige Aussage im Hinblick darauf, dass er sein Volk in diesen Plagen schützen und erretten wird, aber, dass er auch etwas ganz Besonderes mit seinem Volk innerhalb dieser Plagen vorhat. Die Verse 18 bis 19. Hier sagt Gott, Und ich will an demselben Tag etwas Besonderes tun mit dem Land Gosen, wo mein Volk wohnt, sodass dort keine Hunsfliegen, die Hunsfliegen sind hier die vierte Plage, sein sollen, damit du erkennst, dass ich der Herr inmitten des Landes bin. So will ich ein Zeichen der Erlösung setzen zwischen meinem und deinem Volk. Morgen soll das Zeichen geschehen. Ich hoffe, du hast bemerkt, was Gott hier sagt. Gott sagt, er will einen Unterschied machen. Er will einen Unterschied machen zwischen den Gottlosen und dem Gerechten. Er will einen Unterschied machen zwischen den Ägyptern und seinem heiligen Volk. Und er sagt, diesen Unterschied macht er, damit seine Allmacht gesehen wird. Und er sagt, er macht diesen Unterschied, um ein Zeichen der Erlösung zu zeigen und aufzustellen. Und ich möchte dich dazu ermutigen, dass du dir das einmal vorstellst. Gerade jetzt leben wir in Zeiten, wo man unmissverständlich erkennen kann, dass das, was auch in der Offenbarung geschrieben steht, Gerichte Gottes über diesen Erdball hereinbrechen. Wir sehen, dass die Gerichte Gottes schon im Gange sind und dass das Volk Gottes augenscheinlich unmissverständlich noch nicht entrückt ist. Also können wir wohl davon ausgehen, dass wir dazu berufen sind, durch diese Plagen, durch diese Gerichte Gottes durchzugehen. Aber Gott hat etwas vor. Er will uns, sein heiliges Volk inmitten dieser Gerichte, wie er es schon einst getan hat mit seinem Volk, so will er es auch heute mit dir und mit mir tun, wenn du an Christus Jesus gläubig geworden bist. Denn auch in unserer Zeit will der Herr ein Zeichen der Erlösung aufrichten. Okay, schauen wir uns diesbezüglich noch weitere Texte an, die das, was ich gerade sagte, noch einmal fest untermauern, damit wir wirklich einen sicheren Stand und Zuversicht für die dunklen Tage, die vor uns liegen, haben. Dazu gehen wir in das zweite Buch Mose, Exodus, Kapitel 9 diesmal, die Verse 3 bis 6. Wir sind nun bei der fünften Plage angelangt, einer verheerenden Viehseuche. Dort lesen wir, siehe, so wird die Hand des Herrn über dein Vieh auf dem Feld kommen, über Pferde, Esel, Kamele, Rinder und Schafe, mit einer sehr schweren Viehseuche. Und der Herr wird einen Unterschied machen zwischen dem Vieh Israels und dem Vieh der Ägypter, so dass von allem, was den Kindern Israels gehört, kein einziges sterben wird. Und der Herr bestimmte eine Zeit und sprach, morgen wird der Herr dies im Land tun. Und der Herr tat dies am Morgen und alles Vieh der Ägypter starb. Aber von dem Vieh der Kinder Israels starb kein einziges. Du siehst auch hier wieder ganz klar, was der Herr vorhat. Er sagt hier, und ich will einen Unterschied machen zwischen dem Land Ägypten und meinem Volk Israel. Ich will einen Unterschied machen und ich werde dafür sorgen, dass dem Vieh meines Volkes nichts zustößt. Mein lieber Zuhörer, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, ich möchte dich ermutigen, wenn auch in den über uns hereinbrechenden Gerichten Gottes Dinge geschehen werden, wo du siehst, dass gewisse Sicherheiten wie unter einer Seuche von deinen Arbeitskollegen auf einmal weggammeln und wegraffen, gewisse Sicherheiten wie ein fester Job, ein gutes Arbeitsverhältnis, ein sicheres Einkommen, vielleicht sogar die physische Gesundheit, wenn du siehst, wie das alles einer schweren Seuche anheim fällt, so will ich dir Mut zusprechen und will dir sagen, dich soll es nicht treffen. Selbst inmitten der Gerichte will der Herr dich und deinen Besitz bewahren. Und er wird dafür sorgen, dass ein Unterschied zu sehen ist zwischen dir und dem Gottlosen. Denn so steht es auch geschrieben, im Propheten Malachi wurde Herr sagt, und es wird die Zeit kommen, da will ich wieder einen Unterschied machen zwischen denen, die Gott dienen und denen, die ihm nicht dienen, zwischen denen, die ihn fürchten und denen, die ihn nicht fürchten. Okay, aber damit nicht genug. Wir schauen uns noch weitere Schriftstellen an, um immer fester in unserem Verständnis zu werden, dass wir zum Volk Gottes gehören und somit in seiner Hand sicher sind, selbst in der Zeit des großen Ausgießens der Gerichte Gottes. Hierzu bleiben wir im Kapitel 9 vom 2. Buch Mose und gehen nun zum Vers 25 und 26. Hier sind wir nun bei der siebten Plage angelangt, ein verheerender Hagelschauer, der das ganze Land verwüstet hat. Hagel so stark, dass wer auf dem Feld war, umgekommen ist. Hier lesen wir nun, Und der Hagel erschlug im ganzen Land Ägypten alles, was auf dem Feld war, vom Menschen bis zum Vieh. Auch zerschlug der Hagel alles Gewächs auf dem Feld. Und zerbrach alle Bäume auf dem Land. Nur im Land Gosen, wo die Kinder Israels waren, hagelte es nicht. Auch hier sehen wir wieder eindrücklich, dass der Herr wirklich einen Unterschied hervorhebt. Nur im Land Gosen, wo die Kinder Israels waren, hagelte es nicht. Wir gehen weiter zur nächsten Schriftstelle, um zu sehen, wie wunderbar Gott sein Volk bewahrt. Hierzu gehen wir nun in das Kapitel 10 von dem 2. Buch Mose und schauen uns die 9. Plage an. Hier lesen wir im Vers 22 und 23 folgendes. Da streckte Mose seine Hand zum Himmel aus, und es kam eine dichte Finsternis im ganzen Land Ägypten, drei Tage lang, sodass während drei Tagen niemand den anderen sehen konnte, noch jemand von seinem Platz aufstehen konnte. Aber alle Kinder Israels hatten Licht in ihren Wohnungen. Auch hier sehen wir wunderbar, wie beim Einbrechen der 9. Plage eine Finsternis, die so dick ist, dass man die Hand vor Augen nicht sehen konnte, dass hier das Volk Israel eine ganz besondere Stellung hatte. Überall war es so finster, dass Menschen noch nicht mal in der Lage waren, von ihrem Platz aufzustehen. Doch dann heißt es auf einmal, doch die Kinder Israels hatten Licht in ihren Wohnungen. Lieber Bruder, liebe Schwester, ich möchte dich noch einmal ermutigen. Wenn auch im Zuge der Gerichte Gottes, die gerade am Ausgießen sind in unserer Welt, wenn auch im Zuge dieser Dinge eine schwere Finsternis die Völkerschaften bedeckt, so möchte ich dich ermutigen, habe keine Angst und fürchte dich nicht, denn in deiner Wohnung soll Licht sein. Der Herr selbst ist die Sonne der Gerechtigkeit, mit Heilung unter seinen Flügeln, die aufgeht über seinem Volk, so wie es im Malachi 3, Vers 20 heißt. Jesus Christus ist unser Licht und unser Heil. Vor wem sollten wir uns fürchten? Okay, kommen wir nun zu einer weiteren Schriftstelle, um zu sehen, wie wunderbar Gott sein Volk bewahrt, inmitten seiner Gerichte. Hierzu gehen wir nun zum 2. Mose Exodus Kapitel 11. Was wir sehen, ist die letzte und verheerendste Plage, die Tötung der Erstgeburt aller Ägypter. Hier heißt es folgendermaßen, Kapitel 11, 5-7, Und alle Erstgeburt im Land Ägypten soll sterben. Von dem Erstgeborenen des Pharao, der auf seinem Thron sitzt, bis zum Erstgeborenen der Magd, die unter der Handmühle sitzt. Auch alle Erstgeburt unter dem Vieh. Und es wird ein großes Geschrei sein, im ganzen Land Ägypten, wie es niemals gewesen ist, noch sein wird. Aber bei allen Kindern Israels soll kein Hund die Zunge regen, weder gegen Menschen noch gegen das Vieh, damit ihr erkennt, dass der Herr einen Unterschied macht zwischen Ägypten und Israel. Auch hier, lieber Bruder und liebe Schwester, sehen wir immer und immer wieder dasselbe Prinzip, mit dem Gott hier vorgeht. Er gießt seine Gerichte über seine Feinde aus. Aber er weiß, sein Volk inmitten dieser Gerichte zu bewahren. Wieder sagt der Herr hier, er will einen Unterschied offenbar machen. Einen Unterschied zwischen dem Land Ägypten und einen Unterschied zwischen seinem Volk. Hindeutend als Schattenbild auf uns, einen Unterschied zwischen seinen Heiligen, die Jesus Christus gehören, die den Herrn fürchten und einen Unterschied zwischen den Gottlosen dieser Welt, die den Herrn verachten und seine Gnade mit Füße treten. Gott wird einen Unterschied machen. Doch was wir hier in diesem letzten Abschnitt, in dieser letzten Plage bei der Tötung der Erstgeburt aller Ägypter sehen, ist auch etwas ganz, ganz Besonderes und etwas ganz Herausragendes. Es ist die letzte Plage, wo der Schutz des Volkes Gottes nicht bedingungslos ist. Und das müssen wir begreifen. Hier bei dieser letzten Plage stellt der Herr eine Bedingung zur Errettung seines Volkes. Wir wissen, dass diese letzte Plage auch die Einsetzung des ersten Passers ist. Gott verordnet hier seinem Volk, nehmt euch ein Lamm und schlachtet dieses Lamm. Und jede Familie soll dann dieses Lamm zubereiten und soll es essen. Das Blut aber soll aufgefangen werden und das Blut soll als ein sichtbares Zeichen an den Türschwellen und Pfosten gestrichen werden. Das, so sprach der Herr, wenn ich durch das Land gehe und die Erstgeburt der Ägypter schlage, dass ich dieses Blut sehe. Sehe ich dieses Blut des geschlachteten Lammes, so will ich gnädig an euch vorüberziehen. Und hier sehen wir auch wieder ein wunderschönes Schattenbild, hindeutend auf uns, die wir Christus gehören und der neutestamentlichen Gemeinde. Erinnert euch daran, was der Täufer Johannes sagte, als er Jesus auf sich zukommen sah. Er sprach, Siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinfortnimmt. Dieses erste Passa ist ein Schattenbild, hindeutend auf die Errettung und Erlösung durch Jesus Christus. Ich möchte aber, bevor wir nun dieses anschauen, noch einmal zum letzten Mal die Begebenheit im Alten Testament, im zweiten Buch Mose, diesmal Kapitel 12, betrachten, wie dieses Passa seine Errettung und seinen Unterschied zum Land Ägypten wirklich entfaltet. Okay, gehen wir dazu, zweite Buch Mose, Exodus Kapitel 12. Wir schauen uns die Verse 12 bis 13 an. Hier heißt es, Denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt in Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Und ich will an allen Göttern der Ägypter ein Strafgericht vollziehen. Ich, der Herr, beachte bitte, hier sind wir inmitten der Strafgerichte Gottes. Doch was sagt Gott jetzt im Vers 13 zu diesem Unterschied und der wunderbaren Errettung seines Volkes inmitten der Strafgerichte? Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen und es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen, wenn ich das Land Ägypten schlagen werde. Was für eine wunderbare Zutragung der Ereignisse, in denen wir ganz klar das Zeugnis Gottes sehen können, dass er Strafgericht übt an allen Gottlosen, aber genauso sein Volk zu bewahren und zu erretten weiß. Und wir sehen ganz, ganz klar, dass dieses gefunden hier im Kapitel 12 des zweiten Buch Mose ein ganz klares Schattenbild darauf ist, was wir in der Erlösung durch Jesus Christus haben. Denn Jesus Christus ist unser Passalam, das für uns geschlachtet wurde. Und wir sehen hier ganz klar und deutlich im Alten Testament hindeutend auf uns als Gläubige der neutestamentlichen Gemeinde, dass unsere Erlösung und unsere Errettung alleine in dem Fakt gefunden ist, dass wir dem Herrn Jesus Christus gehören. Er, unser letztes Passalam, hat sich für uns zu unserer Errettung und unserer Erlösung hingegeben. Er hat sein kostbares und teures Blut vergossen, damit wir innerhalb der Zorngerichte Gottes vor dem Zorn Gottes errettet werden. Dazu gehen wir einmal in das Evangelium nach Lukas und schauen uns an, was der Herr Jesus hier selbst sagt. Im Evangelium nach Lukas Kapitel 22 in den Versen 14 bis 20 lesen wir nun folgendes von unserem Herrn Jesus Christus. Es ist die Einsetzung des Abendmahls, des Passers. Hier haben die Jünger von Jesus das allererste Mal etwas von dem Abendmahl gehört. Hier lesen wir nun ab Vers 14 folgendes Und als die Stunde kam, setzte er, das ist Jesus, sich zu Tisch und die zwölf Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dieses Passer mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, ich werde künftig nicht mehr davon essen, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch, denn ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Und er nahm das Brot, dankte, brach es und gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Ganz klar sehen wir hier, wie das Passer und die Einsetzung des ersten Passers ein klares Schattenbild hindeutend auf das heute uns bekannte Abendmahl ist. Und es zeigt uns ganz, ganz deutlich, dass wir, die wir Anteil an dem Leib und Blut des Herrn haben, die wir durch das, was Christus am Kreuz von Golgatha für uns vollbracht hat, errettet wurden, dass wir sicher und geborgen sind. So wie das Volk Israel unter den Plagen und Gerichten Gottes inmitten der Ausgießung des Zornes Gottes sicher waren, so sind wir auch in dieser heutigen Zeit bei der Ausgießung der Gerichte Gottes über diesen Erdball sicher. Warum? Weil wir den Herrn Jesus Christus haben, weil wir ihm gehören und weil wir in seiner Hand sicher und geborgen sind. Und das ist es auch, worauf sich der Apostel Paulus im 1. Korinther 10 ab 16 bezieht. Er sagt hier, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn es ist ein Brot und so sind wir die vielen ein Leib, denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Auch hier siehst du wieder, hey, wenn wir diesem Christus gehören und wir den Kelch des Segens trinken dürfen, wenn wir also zu denen gehören, die Anteil an dem Leib und Blut des Christus haben, mit anderen Worten, die durch seine Gnade und durch das, was er auf Golgatha für uns erwirkt hat, Anteil an der Errettung und Erlösung haben, dann sind wir sicher. Und das ist es auch, was das Wort Gottes im Hinblick auf Christus sagt. Er ist ein mächtiger Erretter. Er ist ein herrlicher Erlöser. Er ist der Retter, der in diese Welt gekommen ist, um uns zu erretten. Dort heißt es, um das auch noch einmal ganz klar vor Augen zu führen, im Hebräer Kapitel 7 Ab weil er in Ewigkeit bleibt, hat ein unübertragbares Priestertum. Daher kann er Christus auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, hast du das gelesen? Dieser Christus kann uns und wird uns und will uns vollkommen erretten. Er tritt für uns ein. Seine Errettung erweist sich gerade dort, wenn der Zorn Gottes und die gerechten Gerichte Gottes über diese Welt ausgegossen werden, dass er uns zu bewahren vermag. Ich möchte dich ermutigen, im Hinblick auf diese Frage, wann wird wohl die Entrückung stattfinden? Wird sie vor der großen Drangsal, inmitten der großen Drangsal oder am Ende der großen Drangsal sein? Ich möchte dich ermutigen, diesen Gedanken einmal für dich zu ergreifen, diesen Glauben einmal für dich wahrzunehmen. Wir werden durch die große Drangsal gehen, aber Gott wird sich herrlich erweisen, er wird sich mächtig erweisen, er wird sich groß erweisen und wie er einst im alten Bund unter dem Volk Israel, unter seinen Auserwählten und den Ägyptern einen Unterschied gemacht hat und ein herrliches Zeichen der Erlösung aufgerichtet hat, so wird es im neuen Bund unter der Gnade viel herrlicher sein. Er wird sich herrlich als Retter, als Erlöser und als mächtiger Befreier erweisen. Somit möchte ich dir zusprechen, sei zuversichtlich und fürchte dich nicht, die besten Tage liegen noch vor uns. Bis zum nächsten Mal.